Ja, und ich würde sagen, da sind wir wieder zurück bei Prince of Persia, Very Within. Wir gehen hier hoch, hier, dann hier, genau, dann hier dran, dann hier, oh danke. Und dann sind wir hier. So, jetzt kommen wir hier hoch. Ja, wir sind sogar richtig. Oder müssten wir nicht, von da unten kommen wir. Ja, hier sind wir natürlich jetzt richtig. Wir laufen jetzt den ganzen Weg zurück in die erste Kammer, wo wir waren. Wenn der Prinz natürlich auch so nett ist, diesen Stein hochzugehen. Prinz, hast du heute deine Tage? Oder warum machst du nicht das, was ich will? Ah, wenn man meckert, dann meckert man richtig mit dir, ne? So, falscher Sprung. So, zack. Äh, Prinz. Ja, komm. Passt schon. Weiter. So. Haben wir das? Dann gibt's... Ah, ja, gut, dass The Two Drowns nicht so schlimm ist wie Very Within. Auf das Spiel freue ich mich am meisten. Besonders, weil das Spiel noch eine kleine Besonderheit enthält. Aber dazu kommen wir später. Das haben wir jetzt hier nicht. Das ist, äh, später noch im Verlauf. Wenn wir den dritten Teil machen, wird da noch etwas hinzukommen. Weil, da werde ich, ähm, daraus eine kleine Challenge machen, würde ich sagen. Mit jemand anderem. Aber da, wie gesagt, dazu kommen wir später. Wir reisen zurück in die Vergangenheit. Da sehen wir gleich eine kleine Cutscene, die wir schon kennen. Hahaha. So, ich würde sagen, hier speichern wir. So. Ah, die fallen. Unsere netten. Hier sieht's aus, als wenn wir in einer Pyramide wären und nicht in einem Sloss. So, so, so. Pharao-mäßig halt. Oh, 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 hier. Ach ja, die ganz langsam fallen noch. Ähm, so. Ne, Prinz, nicht schwingen. Wir müssen hier rüber. Jetzt schwingen. Ah, und diese Falle ist so langsam. Und so. Und jetzt springen. Ah, Prinz. Und noch mehr fallen. Ah, diese Falle. War mir doch eigentlich sowas von klar, dass mir das passiert. Gut, wir warten, bis du an mir vorbeigehuscht bist. Dann springen wir rüber. Dann gehen wir runter. Prinz, runter. Danke. Und dann gehen wir genüßlich. Genüßlich. Genüßlich gehen wir. Okay. Nichts gut. Das war nichts gut. Ich glaube, ich habe Fehler gemacht. Ich glaube, wir hätten da schon runtergemusst. Naja, kann mir auch mal passieren. Auch ich muss den Weg hier erstmal finden. Ähm. Komm, Falle. Gott. Anfangs Fallen. Haben nichts drauf. Ah, die Falle. Sie kommt. So. Hier sind wir richtig. Aha. Wir haben es geschafft. Hahaha. Ja. Und. Ähm. Ja. Hier reicht dann einfach, dass es runterspringen. Wo sind sie? Hier kommen doch keine Gegner. So. Ach, ich liebe es. Prinz, danke. Und ja, wie ihr seht. Alles noch heile. Tja. Ah. Ach, klar. Da kommen sie. Eins. Zwei. Drei. Jetzt. Noch so. Hier. Ähm. Ne. Ich kann nicht noch gar nicht aktivieren. Da komme ich noch gar nicht dran. Aber. Wir kommen an diesen Wasserspeier. Ja, Prinz. Du heilst deine Wunden wie immer auf wundersame Weise mit Wasser. Ein gebrochener Arm. Wir nehmen Wasser. Ach, das hatte ich alles schon mal gesagt. Nein. Wir wollen natürlich jetzt hier keinen Speicherstand löschen. Wir wollen speichern. Ja. So, einfach auf diesen Schalter treten. Schalter treten. Zack. Jetzt ist so ein klein wenig Beeilung. Aber das nette Ding geht nämlich zurück. Klingt so also ja. Ich habe alles versucht, Herr Rund. Aber er war nur überlegt. Er hat also die Insel erraten. Schlimmer. Er ist mir durch das Portal gefolgt. Er ist hier, in unserer Zeit. Wie könnt ihr es warten, mir euer Versarben mitzuteilen? Wer hättest du nicht sterben sollen? Ich werde nicht werden, es soll die Vorheit sterben. Wenn ihr das Kug der Zeit ändern wollt, dann tut es ohne mich. Oh ja, die Szene kennen wir doch. Ich weiß, was ich getan habe. Kennt ihr? Fuck! Jetzt ist es schneller auf die Platte. Die geht zurück, mein Freund. Und ach, guckt mal, einer. Schau. Ich weiß, man hat es wieder zu sehen. Hm, hallo, Prinz. Hallo. Ja. Und da hat sich die Musik mit der Ton... mit dem... Oh, Paula. Jetzt kommt meine Lieblingsfalle. Ey, wie kam ich denn hier jetzt nochmal drüber? Jetzt wird es lustig. Und die Musik nervt mich. Ähm... Ich muss mir überlegen, wie kam ich denn jetzt hier am besten drüber? Brauch? Nee, nee. Letztens habe ich mich einfach da durchgeglitcht. Aha, da war es. Sehr schön. Ich weiß nicht, die Stelle ist sehr fies und gemein. Ähm... Und ist hart und lag. Oh ja, ich liebe es. Wow, Beeilung. Oh, Glückwunsch. Prinz ist lag. Warum lagst du so? Oh ja, wir kommen jetzt zu meiner Lieblingsstelle. Das ist diese Stelle, die ich gesagt hatte, die ich wahrscheinlich ohne Aufnahme machen werde, also Offscreen, weil hier wird dichter Nebel kommen. Und ich kenne meinen Rechner, der quittiert dabei gerne den Dienst, auch ohne Raps. Das heißt, es wird gleich wahrscheinlich dann halt einen kurzen Part. Wir werden sehen, wie flüssig es läuft. Und ich würde es echt freuen, wenn die Musik einfach mal aufhören würde. Ich mache sie gleich aus. So, oh, hallo. Ah ja, gut, jetzt kommt noch nicht die Szene. Danke, Hunde. Ich liebe euch. So, der ist auch tot. Nicht von dem Hunden. Der Kopf ab, passt schon. Oh mein Freund, jetzt müssen wir dich nur in die richtige Stimmung bringen. Aua. Danke. Und abwärts. Jetzt wird es ein bisschen problematisch. Hier bricht alles zusammen. Und ich bin doof. Ja, passt schon. Können wir einfach warten eigentlich. Und spring, Prinz. Spring. 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 Und töten. Die sterben alle durch einen Schlag von mir. Da war ein Gegner. Ich kann aber durchstringen sehen. Ihr habt die Wahl. So, tot. Äh, warum habe ich jetzt Leben verloren? Kann mir da sein Abantworten. Und eben. Okay. Ich würde sagen, wir unterbrechen aber kurz hier. Wir haben wieder mal die 10 Minuten voll. Ich weiß, wir können 15 Minuten, aber ich möchte es gerne auf 10 Minuten behalten. Das ist in meinem Kopf etwas leichter beim Spielen. Auf jeden Fall, wir sehen uns gleich im nächsten Part von Prince of Persia, Very Within, mit eurem Ryukan. Leute, bis gleich. Auf Wiedersehen.